Es ist ja auch schon ein Lenken an Zuhause mitgenommen. Na komm. Energy wird alle. Der hier hast du. Das reicht doch, oder? Ja, das ist ein volles Fass. Oha, wir müssen mal ein bisschen wieder Druckausgleich sorgen. Geht's wieder in den Tümpel rein? Bitte nicht. Nicht schon wieder in den Tümpel festetzen. Einmal reicht. Da fahren wir mal drüber. Und stopp. Ein bisschen. Einmal aufs Boden bitte. Dieser Knopf. Sehr gut. In die Laterne. Warte, wir bauen ja nur das Feuerding jetzt. Oder so. Das geht's auch völlig auf. Lassen wir's Feuer mal liegen. Wieder voran. Weiter geht die Reise. Knöpfe drücken. Und ich kann auch da durch. Man hat hier überhaupt nichts zu tun. Also, irgendwann will ich für das Spiel auf keinen Fall. Man muss hier immer Knöpfe drücken. Feuer löschen. Reparaturarbeiten leisten. Das ist ihm ist es nicht. Man muss wieder Boot spielen oder was? Ah, okay. Die Segel machen's. Dann kann ich mich ja mal hier drauf konzentrieren. Am Rand. Zum Glück gibt's hier keine Armeanlage. Bis dann hier auch noch geheult wird. Uuuuuh. Die ganze. Die Srenen und so weiter. Achso, brauche ich ja nicht eine Nihame genug. Dann aufhängen. Aber ein paar Tourarbeiten müssen gemacht werden. Ich kümmere mich um mein Schiff. Weil die Segel wegen den Segeln denken wir, dass das ein Schiff ist. Die Mischungsschiff und Lokomotive. Und voran. Energie ist aufgetankt. Und jetzt keine Kraft verlieren. Sonst stecken wir wieder fest. Volle Möhre. Na komm. Das Pio noch vielleicht ist mal volle Forte. Bevor die Energie aller wird. Na komm. Und jetzt. Mist. Ja. Ist doch jetzt hier. Jetzt halte ich hier wieder an. Mist. Nicht im Wasser anhalten. Ich hab doch hier. Energie. Na komm. Jetzt muss ich das mal hier überschlagen. Nochmal Power geben. Warte hier bis es voll ist. Und dann können wir hier. Richtig Dampf geben. Ja. Die Maschinen mal richtig mal lasten lassen. Nee. Gerade nicht. Wir müssen noch stehen bleiben. Schade. So. Mal ranholen. Jetzt soll ich es. Ich habe es. muss ich hier nochmal. Nachhilfe leisten. So. Ich brauche es mal wieder. Dahinten haben wir auch noch eine Kiste. Da vorne meine ich. Die können wir ja auch aufhängen. Wenn wir so ein Fass haben. Rechte ich das ja. Ein kleines Schiffchen. Ein kleines Schiffchen. Ich kann es behalten. Wir müssen es nicht verfeuern. Das ist richtig. Wenn wir es nicht verfeuern können wir es gebrauchen. Können wir es behalten. Und voran geht es. Die Reise geht weiter. Hm. Oder auch nicht. Muss mal gucken was da los ist. Ich muss wieder Hindernisse beseitigen. Stehen geblieben. Ich muss hier die. Bremse anziehen. Ein bisschen voran wenn es geht. Oha. Willkommen durch. Ich dachte ich hätte da wieder rüberspringen müssen. Hätte ich was gemacht. Oha. Hier mal. Energie. Äh. Dampf. Komm kriegen wir es jetzt mal hier hin. Oh. Gewitter schon wieder. Durch da. Oha. Feuer löschen. Macht das das Regen nicht oder? Regen löscht das nicht. Oh meia. Alles kaputt hier. Nein. Oh nein. Das Feuer dort hinten. Das Feuer da oben. Ich muss hier erstmal Feuer löschen. Oh schreck. Erstmal im Inneren löschen. Oh. Oh. Vielleicht geht mir das Wasser aus. Nein. Hört doch auf dir. Aber ja. Hier löschen, hier löschen, hier löschen, hier löschen, hier löschen. Oh meia. Ich muss Energie tanken. Jetzt gehen wir hier drauf. Stress. Oh man. Wir sind geliefert. Energie. Ich kann nicht. Ich kann nicht löschen, hier löschen, hier löschen. Energie. Energie. Das Schiffchen. Oh meia. Wenn ihr was wisst, hier reparieren, erstmal löschen. Wenn ich hier löschen bin, brennt's da, ganz da vorne dann wieder. Ich hab das Gefühl, wir sollen uns auf eins konzentrieren. Ich hab das Gefühl, wir sollen uns auf eins konzentrieren. Ach jeee. Nein. 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 Was will ich jetzt? Das reparieren? Ganz ruhig. Damit das nicht mehr brennt. jetzt. Na komm, geh ganz. Oder auch nichts. Ach. Löschen! Lösch, 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 lösch! Säge brennt! Oh kack, ich kann doch nicht reparieren, bin hier! Wenn hier alles brennt! Chaos pur! Es hört nicht mehr auf! Wir haben ein Zwergel! Wie können wir das denn löschen? Wenn ich fertig bin, fängt das wieder an! Das hat keinen Sinn! Wir müssen hier! Wir müssen reparieren! Na komm! Das ist klappen, das ist klappen, das ist klappen! Das bringt doch alles nichts! Ich muss mein Schiff am Ende aufgeben, oder was? Ich lösche so lange ich noch kann! Ich lösche so lange ich noch kann! Ich muss auch löschen hier! Meine Fresse! Energie! Oh weia! Jetzt hänge ich aber fest! Ich kann nichts mehr tun! Ich konnte nichts mehr tun! Ende! Ich habe mir ein Bestes gegeben! Wie jetzt? Noch mal von vorne oder was? Es wird jetzt hier nochmal actionlastig! Am Ende! Es ging doch hier fast nach Finale! Die Säge lassen wir jetzt mal vielleicht unten! Dann fängst du oben an zu bannen! Jetzt schon anfangen zu löschen! Und wo es noch geht! Nein! Und reparieren! Und reparieren! Guck mal, dass die Zerbretten hier haben wir natürlich nichts! Oh man, 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 oh man! Das löschen! Das lange noch nicht alles brennt! Hier reparieren! Ja komm, da komm, da komm, da komm, da komm! Reparieren bringt hier wohl gar nicht gerade nix! Aber da oben, dass wir ja kommen! Jetzt wird's noch mal löschen! Keine Energie mehr! Oh nein! Jetzt wird's Action! Lass dich hier! Die ganze Zeit war's ziemlich, naja! Das war die ganze Zeit auch nicht idyllisch! Und jetzt wird's hier nochmal besonders! Ich kann hier alles gleichzeitig löschen! Das hört hier auch nicht auf! Na komm, hier vielleicht mal ein bisschen voran! Die Reise fortsetzen! Wir müssen die Steuerung reparieren! Wir müssen weiterfahren können! Das ist vielleicht die Hoffnung! Aber ja, ich bin doch hier wieder hoffnungslos überfordert! Das ist jetzt alles auf die Steuerung! Ja komm, bitte! Funktionier wieder! Na komm! Wir müssen jetzt mal ein Stück weit fahren können! Wir müssen noch Energie, die wir hätten mitnehmen können! Das wäre vielleicht nicht falsch gewesen! Na, ich halte jetzt hier schon wieder! Hoch hier! Wasserschlauch holen! Weiter voran! Weiter fahren! Es ist nicht klug, hier im Regen zu stehen! Im Hage! Wir müssen auch unter den Unterschlupfen dann dort! Alles fertig machen! Hier sind wir verloren! Ah je! Wenn wir keine Energie mehr haben, sind wir verloren! Ich muss versuchen hier weiter zu fahren! Na komm! Rein mit dir! Versuch die Steuerung zu reparieren! Das bringt auch des Nächsten! Na komm! Na komm! Voran mit dir! Ein paar Meter noch! Während ich versuche hier weiter zu löschen! Zum nächsten Unterschlupf! lord! Löschen! Hier mal löschen! Mal löschen, hier mal löschen, hier mal löschen! Der Antrieb! Antrieb reparieren! Oh, beija! Wo sind wir hier hineingeraten? Übrigens unter das Dach. So, dann können wir hier vielleicht löschen. Vielleicht kriegen wir es jetzt gelöscht, während es hier am Dach steht. Dann haben wir keine Energie mehr. Dann schrägst du das nach. Der Hagel hat das Boot beschädigt. Auch das geht nicht mehr. Wie sollen wir denn? Ohne Energie. Okay, wir haben wieder Energie. Mein Schreck. Das Ende ist hier aber ein bisschen. Hier ist Feuer aus, hier ist Feuer aus. Da oben auf dem Dach müssen wir löschen. Da drinnen rennt es doch wieder, oder? Nee, gerade bleibt nichts. Ist gut, dann können wir reparieren. Na komm. Heile. Sehr gut. Hier mal wieder Heile machen. Oh, es wird besser. Wir haben es geschafft. Ja komm. Und jetzt hier unten noch reparieren. Hier haben wir das Boot wieder ganz. Da brauchen wir nur noch Energie. Und wir haben hier eine Fräse. Eine Kiste haben wir noch da vorne. Hier noch reparieren. Ein bisschen schweißen. Na komm. Juhu. Funktioniert wieder alles. Ein bisschen Energie. Meine Fresse. Was ein Spiel. Tut mir gefallen. So sehr, dass ich nicht aufhören kann. Und ohne Pause spiele. Nicht müde werden es zu reden. Sie müssen gleich mal eine Pause machen. Wenn es nicht gleich schon im Finale ist. Dann müsste ich mal eine Pause machen. Ich muss tatsächlich mal Mittag essen. Ich muss mal ein bisschen versuchen. Ein bisschen Ernährung und so weiter. Und mich um körperliche Bedürfnisse kümmern. Weil ich wollte heute noch streamen. Wenn ich das hier aufnehme. Und davor muss ich noch ein bisschen. Ein bisschen was muss ich noch machen. Ich um mich selbst kümmern und so. Aber ich denke ein Drami-Mädchen können wir noch spielen. Das wird doch hier schon final sein. Nach dem aufregenden Ding hier gerade. Kann das doch nicht mal weit sein. Bis ans Ziel. Pardon. Sagt er. Da ist Energie. Die können wir gebrochen. Und wo ein roter Knopf. Oh. Hier geht es hinunter. Hier gibt es roter Knöpfe. Luger. Ein Luger und fahrt es durch dich. Vielleicht einen roten Ebel hier erstmal. wo sind wir hier gelandet hier runter vielleicht ich weiß nicht ob das gut ist oder toll gut ist oder schlecht da müssen wir irgendwas reinbekommen aha sieht doch gut aus dann in die Lohre rein damit das sieht doch gut aus Zahnrädchen in der Lohre da drüben können wir doch bestimmt Zahnrädchen brauchen ja 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 ja